Die Aktienmärkte starten mit einer Erholung in die neue Woche, aber wie weit wird diese Erholung gehen? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, nach zweiwöchiger Pause wieder am Start. Wir wollen uns die Dinge anschauen. Wir sind in einer Korrektur offiziell, was die US-Aktienmärkte betrifft. Sowohl S&P 500 als auch der Nasdaq haben 10% und mehr verloren seit dem Hoch. Jetzt aber geht es am heutigen Montag wieder nach oben. Ich glaube, die letzten 16 Montage waren positiv für den Nasdaq. Also es ist der beste Wochentag, wie wir beobachten können. Und jetzt ist vor allem die Hoffnung auf eine Eingrenzung dieses Krieges in und um Israel. Das, was die Märkte treibt. Wie ist diese Hoffnung wirklich einzuschätzen? Ist die nachhaltig? Wir sind überverkauft, wir sind unterpositioniert. Also die Investoren sind unterpositioniert. Wir haben positive Divergenzen in den Charts. Daher nicht wirklich erstaunlich, wenn es jetzt mal nach oben geht, nachdem eben die Furcht sehr groß ist, nachdem die Aktienmärkte zunächst ja nicht wahrhaben wollten, dass dieser Konflikt gefährlicher ist als das, was in der Ukraine passiert. Weil in der Ukraine die Dinge lokal, regional eingegrenzt sind. Da geht es um ein bestimmtes Territorium. Hier haben wir im Grunde einen latent eskalierenden Krieg, der eben ein Flächenbrand werden kann, weil sehr viele Nationen beteiligt sind, weil es um Religion geht, weil es um Identitäten geht. All diese Dinge spielen hier eine Rolle und machen diese Geschichte so gefährlich. Schauen wir uns mal zunächst die Magnificent Seven an. Also die Aktien, die letztendlich das Ganze hochgehalten haben, die haben 1,2 Billionen an Marktkapitalisierung verloren seit dem Hoch im Juli. Wir haben, naja, mäßige, sehr mäßige Zahlen von Tesla bekommen. Wir haben die Enttäuschung bei Google gesehen. Wir haben Microsoft ziemlich gut. Amazon, naja, war so gemixt, aber dann mit Aussagen über AWS, also das Cloud, den Cloud-Bereich nach oben gezogen. Jetzt haben wir noch Apple vor allem, die kommen wird. Wir haben später dann Nvidia. Also noch ist die Messe nicht gelesen, was diese großen Tech-Aktien betrifft. Aber es ist eher gemixt. Es ist nicht das Hurra. Es ist nicht das große Wow, wie stark sind denn diese Zahlen, die letztendlich dazu geführt haben, was wir jetzt hier an dieser Korrektur gesehen haben. Hier mal die letzte Woche in einen Blick. Dann sehen wir Google, fast 10% im Minus, auch Apple im Minus. Wir sehen Meta im Minus, Microsoft dagegen im Plus. Und das alles, obwohl die Renditen ja in der letzten Woche gefallen sind. Wir waren über der 5%-Marke, sind jetzt wieder drunter. Und S&P, wie gesagt, jetzt offiziell im Korrektur-Modus, nachdem man 10% gefallen ist, über 4 Billionen an Marktkapitalisierung, sind da mal flöten gegangen. 1,2 kamen von den großen Aktien. Und hier sehen wir mal den S&P, SPY, also das maßgebliche ETF, zweitoberste Linie hier. Ganz oben XLK, also praktisch das Tech-ETF, also der Tech-Sektor, der sich mit 30% seit Jahresbeginn deutlich im Plus hält. Ansonsten sind alle anderen Sektoren im Minus. Und wir haben 11 Sektoren im S&P 500. 10 Sektoren sind im Minus. Einer ist dick im Plus mit 30% nach wie vor, trotz der Verluste. Das führt dazu, dass eben der Gesamtindex, nämlich der S&P, immer noch deutlich im Plus ist, mit dem Plus 7%. Aber es ist ein einziger Sektor. Und hier sehen wir eben die Bedeutung dieses Sektors für den Gesamtmarkt, der das Ganze noch wirklich oben hält. Und hier sehen wir mal den Equal Weight Index, also den Index, an dem alle Aktien gleichgewichtet sind im S&P 500. Und das verglichen mit dem offiziellen S&P 500. Und der Equal Weight Index wäre 4% im Minus. Das heißt, die durchschnittliche Aktie im S&P 500 ist 4% im Minus. Aber die Tech-Werte reißen das Ganze raus. Hier sehen wir mal zum Beispiel Small Caps, also die wahrscheinlich die Wirtschaft in den USA, die kleinen Aktien, die die Wirtschaft in den USA sehr gut abbilden, mit 6% im Minus. Equal Weight 4% im Minus. Und die 50 größten Aktien im S&P 500 sind immer noch insgesamt 20% im Plus. Also hier sehen wir, es gibt eine klare Unterscheidung. Und ich hatte an dem Tag, oder am Montag, nach diesem furchtbaren Wochenende, als eben hier dieser Angriff der Hamas auf Israel passierte, getitelt der Schwarze Schwan Israelkrieg. Nicht, dass dieser Konflikt ja nicht eskalieren konnte. Damit war schon irgendwo immer zu rechnen, angesichts eines Konfliktes, der im Grunde seit Ende des, oder seit der Beginn der Nachkriegszeit, kann man sagen, eigentlich virulent war. Aber das, was da passiert ist, das war schon ein 9-11-Moment. Das war vor allem für Israel ein schwarzer Schwan, mit dem man nicht gerechnet hat. Und die Märkte haben es zunächst mal nicht ernst genommen. Wir sehen, dass wir dann am 12. Oktober das hochgemacht haben. Hier etwa im Nasdaq. Und seitdem geht es etwa 1000 Punkte für den Nasdaq 100 nach oben, nach unten. Was sind die Gründe für diesen Abverkauf? Erstens natürlich diese Geopolitik, wahrscheinlich als wichtigster Faktor, Risikoaversion, die wir dadurch gesehen haben. Zweiter Punkt natürlich, Renditen. Hier sehen wir mal die 6-monatige Treasury Bill Yield. Also das, was ich mehr oder weniger risikolos mit einer 6-monatigen US-Staatsanleihe erzielen kann. Ist derzeit deutlich mehr schon jetzt, als ich mit der Gewinnrendite oder der Earnings Yield aus dem S&P 500 erzielen kann. Der zweite Grund, auch was hier reinspielt, Rendite, ist eben, dass die US-Daten offiziell besser waren als erwartet. Der Economic Surprise Index ist wieder nach oben gegangen. Die Märkte hassen gute Zahlen, die Bullen müssen auf schlechte Konjunkturdaten hoffen, müssen hoffen, dass möglichst viele arbeitslos werden. Am Freitag ja die großen US-Arbeitsmarktdaten. Und hier unten sehen wir in diesem Chart die Financial Conditions, die sich gestrafft haben. Das ist auch negativ für die Märkte, vor allem eben durch den Anstieg der Renditen, aber auch durch die Schwäche bei den Aktien. Wir sehen vor allem Hedgefunds sind massiv für Short. Auf der anderen Seite sehen wir, dass nach wie vor unglaublich viel Exposure in diesen sieben großen Tech-Aktien ist. Da sind wir praktisch auf Rekordniveau und jede Zeit hat so ihre Blase. Jetzt haben wir wieder eine. Natürlich sind das überwiegend gute Unternehmen, die hier wirklich herausstechen, aber sie sind dennoch in der Regel vor allem zu teuer. Das gilt vor allem aus meiner Sicht für Apple, das gilt auch für Nvidia, das gilt für die Teslas dieser Welt. Hier sehen wir mal das Verhältnis zwischen dem Tech-Sektor im S&P 500 und dem S&P 500 insgesamt. Da sind wir jetzt auf Niveaus, wie wir es in der Dotcom-Blase und Anfang der 70er Jahre gewesen sind. Aber auch die Nasdaq-Aktien hier im Composite haben verloren. Wir sind jetzt dort, wo wir im Prinzip Mitte Dezember 2020 waren. Also wenn man so will, übergeordnet sind wir in einer Seitwärtsbewegung mit dieser fulminanten Rallye. Mit dankbarer Segnung der FED, könnte man sagen, die die Zinsen auf Null gesenkt hat, dann sehr viel Stemmodus betrieben hat. Dann bekamen wir 2022 die Korrektur. Dann die Erholung. Jetzt sind wir wieder da, wo wir letztendlich gewesen sind. Im Dezember 2020 Quantitative Tightening ist das Problem. Also das ist das, was aus meiner Sicht gegen die Bullen spricht. Solange die FED nicht umsteuert, solange eben die Notenbank tendenziell Liquidität entzieht und nichts hinzufügt, wird es schwer, zumal eben das, was diesen Liquiditätsentzug weitgehend ausgeglichen hat, nämlich dieser fiskalische Impuls der US-Regierung auf Dauer wohl nicht mehr funktionieren wird. Kommen wir nochmal zu diesen Ergebnissen. Wie gesagt, wir haben vor allem schwach Tesla gesehen. Wir haben gut Microsoft gesehen. Wir haben gemischt aus meiner Sicht Amazon gesehen. Wir haben Google gesehen, die an sich ganz gute Zahlen geliefert haben. Aber das Cloud-Wachstum eben war sehr, sehr schwach. Jetzt haben wir in dieser Woche vor allem Apple am Donnerstag. Wir haben AMD, wir haben Palantir, wir haben Novo Nordisk. Hier aus Europa sehr wichtig. Also die ganz große Geschichte ist vorbei, was die Earnings betrifft. Aber es kommt jetzt doch noch einiges. Und wir sehen, dass jetzt die Gewinnerwartungen deutlich runtergenommen wurden. Hier will ich nochmal zeigen, dass die positive Reaktion gemäßigt war, wenn die Zahlen wirklich besser waren als erwartet. Aber die Negativreaktion war sehr ausgeprägt, wenn die verschiedenen Unternehmen enttäuscht hatten. Hier sehen wir jetzt mal, wie stark die Prognosen für 2024 runtergenommen wurden. Da hat man sich ja Wunderdinge erwartet 2024 noch vor kurzem. Jetzt sind die Gewinnprognosen deutlich nach unten genommen worden für 2024. Wie vertragen Aktien das? Das wird die große Frage sein. Aber hier nochmal das eigentlich zentrale Thema wahrscheinlich für die Märkte, nämlich dieser unglaubliche Tsunami an Schulden. Wir werden entweder heute oder Mittwoch, so genau wie ich es nicht herausfinden können, die neuen Zahlen bekommen, was die US-Regierung an Anleihen emittieren wird für das vierte Quartal. Und hier dürfte wahrscheinlich wieder damit zu rechnen sein, dass natürlich die Zahl höher reinkommen wird als ursprünglich prognostiziert. Das heißt, man wird weitere Schulden machen. Jetzt wird Israel weitere Hilfen erhalten. Die Ukraine, Fragezeichen. Der neue Sprecher des Abgeordnetenhauses der Republikaner sagt, wir wollen das tränen. Die Republikaner sind weitgehend gegen Ukraine-Hilfen, aber für Israel-Hilfen. Das wird also eine spannende Geschichte. Und die gute Janet Yellen völlig entgeistert sagt, naja, also dieser Anstieg der Renditen, der hat mit der Stärke der US-Wirtschaft zu tun. Ja, ein bisschen schon, gar keine Frage. Not the jump in government borrowing. Also das ist natürlich eine so glatte Lüge, dass man ihr eigentlich da erwatschen geben müsste für so eine Dreistigkeit. Natürlich ist der Hauptgrund dafür, dass die Renditen oben bleiben. Wir haben eben die massive Verschuldung der USA und diese Schuldenorgie. Wir sehen ja, die FED wird die Zinsen wahrscheinlich nicht mehr anheben. Oder wenn, nur noch ein bisschen was. Also das kann es nicht sein. Es ist auch jetzt nicht so, dass die US-Konjunkturdaten durch die Decke schießen. So gut sind sie nicht. Gerade wenn man mal genauer hinschaut und, naja, einige Dinge abzieht, die von der US-Regierung ein bisschen freundlicherweise hinzugedichtet werden. Aber sei es drum. Jetzt stellt sich eben die Frage, die Mohammed Al-Erdian stellt, ja, haben wir da wirklich noch einen sicheren Hafen bei den US-Anleihen? Und wir sehen, dass vor allem die Amerikaner jetzt mehr an Zinsen bereits bezahlen, als eben der ganze Verteidigungsetat letztendlich hergibt. Und diese Frage, sind Staatsanleihen noch sicher? Die hat Gold angetrieben angesichts der geopolitischen Unsicherheiten. Wir sehen, dass Gold gestiegen ist. Trotzdem die Renditen ja gestiegen sind in letzter Zeit. Gold über der 2000er-Marke. Zwischenzeitlich, glaube ich, vorhin jetzt wieder unter diese Marke gefallen. Mein Kollege Hannes Zipfel mit dem Titel Flucht in sicheren Hafen. Hält an. Und ob das Ganze weitergeht, wird natürlich davon abhängen, wie jetzt die Israel-Szenarien sich hier darstellen. Hier mal eine sehr gute Grafik von Maverick auf Wall Street, der hier zeigt, welche Risikoszenarien wir haben von Low Risk. Und das ist das, was wahrscheinlich jetzt heute so ein bisschen gespielt wird. Naja, wir sehen, dass am Wochenende jetzt nicht die ganz große Bodenoffensive passiert ist. Obwohl die wahrscheinlich jetzt schon gestartet ist, seit der Israel ist in Gaza. Dementsprechend hofft man, dass das Ganze so ein bisschen eingegrenzt bleibt. Es gibt aber dann eben auch ein Mittelrisikoszenario und ein Hochrisikoszenario. Wir haben jetzt Aussagen von Erdogan, des Iran, die eben auch aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt beruhigend wirken sollten. Aber man spielt jetzt eben zunächst mal dieses Low Risk-Szenario. Wir haben natürlich saisonal eine sehr günstige Phase. Wir sehen, dass die Junk-Bonds diesen ganzen Abverkauf nicht mitgemacht haben. Junk-Bonds, da haben wir eine Erholung gesehen, während die Aktienmärkte noch gefallen sind. Eine positive Divergenz. Wir sehen hier Market Sentiment. Es ging weiter nach unten, aber im Sentiment sehen wir unten auch eine positive Divergenz. Wenn wir uns etwa mal anschauen, 4-Grid-Index, NAIM-Exposure, also das, was Vermögensverwanderer hier an den Start bringen. Und dann sehen wir, da ist schon viel Furcht und der Unterpositionierung der Fall. Und wenn dann irgendwie so ein Szenario gespielt werden kann, wird doch alles vielleicht doch nicht so schlimm, wie gedacht. Oder befürchtet, dann kann durchaus eben was nach oben gehen. Hier sehen wir mal die Stocks above 20 Day Moving Average, also die über dem 220-Tagesdurchschnitt sind. Und dann sehen wir, obwohl der Index ein neues Tief gemacht hat, sehen wir das nicht bei den Aktien über ihrem 200-Tagesdurchschnitt. Aber die große Frage wird sein, halten wir die Mutter aller Trendlinien, nämlich das, was wir im Prinzip in der Finanzkrise, respektive März 2020, also nicht Finanzkrise, sondern Corona-Crash, was wir hier gesehen haben, können wir diese Linie halten? Wir sehen oben im RSI schon sehr, sehr stark abverkauft, sehr stark überverkauft. Also eine Erholung ist jetzt wirklich alles andere als ein Wunder. Das Narrativ muss noch wirklich her. Überzeugend ist bisher dieses, naja, dieser Israel-Krieg, der bleibt eingegrenzt, der überzeugt mich bisher nicht. Abziesen noch drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Schlimmster Oktober für die Aktien, seit fünf Jahren, wenn sich jetzt nicht noch ganz grob was nach oben entwickelt, heute und morgen. Warum, wieso, weshalb, erfahren Sie hier in diesem Artikel, zweite Empfehlung, dann immer mehr Anleger verzweifeln an der Nachrichtenlage, Angst, Essen, Seele auf. So, der Untertitel, zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, ist dann keine Artikelempfehlung, sondern nochmal der Hinweis auf das Webinar mit André Stagge und mir. Da werden wir am 1. November, also Mittwoch, uns hier mal zu einem Gespräch zusammenfinden, zu Analysen zusammenfinden. Der André wird dann Trading Strategien vorstellen. Das ist um 19 Uhr, wenn ich mich nicht schwer täusche und um 19 Uhr, da wir die Zeit umgestellt haben, ist auch Fettentscheidung. Also da werden wir dann gleich mal ein bisschen über die Fett auch sprechen können. Unbedingt reinschalten, unbedingt registrieren, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Ich packe unten nochmal den Link hin. Es ist wirklich versprochen einer der letzten Aufrufe zu diesem Webinar, also die beiden Artikel und das Webinar mit André Stagge und mich. Darauf möchte ich hinweisen. Jetzt wünsche ich erstmal einen guten Start in diese Woche und sage Servus und Ciao.